Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde RimWorld. So, wir spielen weiter. Gerade uns am Winddamm vorbereiten. Sollen wir mal forschen? Ich muss nämlich unbedingt forschen. Wichtig. Ganz wichtig. Holz haben wir noch 122. Holz haben wir auch noch. Sehr gut. Dann koch mal ein bisschen, genau. Dann machst du schick. 12 Kräutermedizin haben wir. Auch das. Genau, wir tun mal forschen. Das ist sehr gut. Moment. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Rettungskapsel. Wollen wir die mal retten. Geh mal hier retten. Mach's doch schon. So. Wir wollen kranken Bett haben wir ja. Apropos haben wir eigentlich die Heimatzone. Ach ne. Noch ne haben wir ja. Okay. Alles tuti. Wie sieht das aus? 96 haben wir. Er meditiert ist klar. Er ist am meditieren. Und Knochen. Du kannst doch mal weitermachen, du. Oh, ein Knochen. Genau. Mach mal. Sehr gut. So, wir müssen mal wieder was jagen, glaube ich, oder? Oder wie viel Fleisch haben wir noch? Ähm, da haben wir noch, guck mal. Guck mal an, was haben wir denn da? Schönes. Ein Eischönchen. Sehr schön. Oh, das sind viele Bären. Mal gucken, ob das reicht, dass wir die kriegen. Ähm, füllen wir bitte das Lagerfeuer auf, wenn es geht. Sonst wird es kalt. Da habe ich nicht so Bock drauf. Wo können wir da laufen? Minus 10. Pech. Da haben wir noch gewachsen, okay? Winter angefangen. Da werden sie die Sachen gerade erfrieren. HD. Das heißt aber auch, dass die Büsche, glaube ich, auch erfrieren, ne? So langsam aber sicher, ja. Schauen wir mal. Wir haben noch ein Muffalo hier, ne? Was ist denn mit dem? Jetzt ist es gekühlt, guck mal. 3 Grad. Ah, guck mal. Jetzt ist es gekühlt da drin. Genau, koch du mal weiter. Ja, das wird aber jetzt wäre der Wärmer da drin. Kannst du eigentlich den mal eben den schlachten? Danke. So, er geht jetzt oder? Sieh. Das gibt ja für uns auch Plus dann. Und was bist du? Lensium. Das gibt, glaube ich, Plus, wenn wir die retten. Und dann sind sie alle noch neutral zu uns. Und dann sind sie alle noch neutral zu uns. Oh, man, die sind hier. Was ist mit dem? Man muss immer darauf aufpassen, dass die Unterkühlung halt nicht voranschreitet. 20% sind gerade. Achso, das ernten, Beeren ernten. das sieht gut aus es ist gut aus er ist am kochen ist am forschen einfache mahlzeit ist verdorben nicht so schlimm ich glaube da war nur eine ja brein und junge du kriegst gar keine weil du bist relativ gut dabei so eigentlich sollte jetzt genau ihr sollte jetzt wieder runter gehen weil hier drin ist warm stein mit ist gleich fertig der eine Vielen Dank. Vielen Dank. Was braucht der denn jetzt in Behandlung? Ach er. Oh, Naseerfrierung. Willst du mich verarschen? Verhandeln den mal eben. Mann. Was noch was, ey? War wir zu lange draußen. Echt? Und linker Ringfinger. Ja, logisch. Ja, passt aber. Naja. So. Nur 12 Grad. Okay. Vielen Dank. Aber wir sollen eigentlich über den Winter kommen. Sieht eigentlich gut aus. Tatsächlich. Wir haben sogar Silber. Ja, kann man mal sehen, wa? Da ist ein Waschbär. Wir haben nur so viel Fleisch, 120. Wohin ist es nur, wir haben keine Bären mehr. Er hat sich vollständig erholt, das ist schon mal gut. Keine Hauerei. Ja gut, dann will ich komplexere Kleidung auf jeden Fall haben. So, jetzt können wir nämlich auch, ähm, Steinwände bauen, ne? Genau, Marmorwände. So kann ich Beton, Betonplatten bauen und Sandstein fließen und so. Steinmetz, klar. Steinmetz natürlich, ja, ja. Jetzt gerade noch nicht so relativ interessant ist für uns. Wir müssen aber auf jeden Fall bessere Kleidung haben. Wohlt er eigentlich immer nur... Der holt zwei Bären, willst du mich verarschen? Oder mal alle Bären. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Brauch noch einiges. Na, ich brauche noch viel größeres Lager, tatsächlich. Marmor, was liegt denn noch im Kalkstein? Granit, hier liegt ja alles rum, Marmor. Raris, warum können wir in Sandstein fliegen bauen? Wenn wir gar keinen Sandstein haben. Achso. Gut. Ich hab's verstanden. Äh, was haben wir? 110 haben wir vom Marmor. Was kostet so eine Wand eigentlich? Auch 5, na ja. 5. Eine Marmortür. Okay. Außenwände ist natürlich geiler, aus Stein zu machen, das ist so. Aber das sollte ich nicht im Winter machen. Also die Wände aufmachen. Das wäre ein bisschen Blödsinn. Der latscht die ganze Zeit hin und her und holt die Bären, das ist auch gut. Der ist am Forschen, das ist noch besser. Volli wird ja dadurch auch besser. Der schon auf... Wo ist es? 10 ist es, glaube ich. Das müsste das sein. Was? Wanderer bleibt. Da wissen du. Sozialmedizin, kochen. Auch gut. Kernkampf. Ja, und dann kannst du auf jeden Fall auch kochen. Du kriegst natürlich auch die Waldarbeit. Dann kriegst du natürlich auch. Ähm, was war denn noch? Medizin, auf jeden Fall. Weil du bist ziemlich gut. Und Aufseher, warst du auch gut. Und so. Fünf, okay. Ja, geht's nicht unbedingt. Und wir können auf jeden Fall schon mal direkt wieder einen Recurve-Bogen da rein machen. Ein. Was? 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 Weißt du, wo das ist? Oh Gott. Was soll ich denn da hinkommen? 0,69 Tage. Halt, für 11,7 weitere Tage. Das kann ich nicht machen, also. Mal schauen. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Das bringt nichts. Wie soll ich das machen? Ist er doch weg. Wir mitten im Winter. Wie soll ich da jetzt hinkommen? So ein Blödsinn, ey. Winden im Überling habe ich das hier als Lager ausbauen. Weiß es tatsächlich noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch. So ein Steinmetz-Tisch brauchen wir auch noch. Auf jeden Fall. Genau, du bringst mal ein bisschen Holz, das ist gut. Brauchen wir auch für unsere, ne? Unsere Sachen. Da sind wir schon zu viert, ey. Meine Fresse, ey. So entwickelt aus einem. Der Stamm. Stamm der Banausen. Der Banausen-Stamm. Hier auch noch. Der Shit. Und Outfits machen. Lebensmittel. Wenn nicht. Freu nicht. Wie will haben wir noch? Wir haben noch. Oh, 95 Fleisch ist noch da. Uh. Das Schlimme ist noch. Das verballert sich gerade. Alles. Ähm. Warte mal. Ich glaube, ich brauche ein paar Transporter. So, du und du wirst jetzt mal kurz transportieren. Du auch. Ihr seid, glaube ich, alles, ähm. Ja, genau. Jetzt verdirbt nämlich gerade alles. Heiße. Also ein Truthahn. Versucht mal bitte, die Sachen zu holen. Er kriegt Holz. Holz ist gerade relativ uninteressant. Ich brauche unbedingt die, ähm, Dingens. Die Bären. Wenn die überhaupt noch irgendwo rumlaufen. Warum sind die jetzt gerade immer, wie viele Ratten hier unterwegs sind? Hallo? Ist das Shit? Wo ist der Truthahn hin? Was ist los? Habt ihr nichts zu tragen? Wo bist du? Ach ja, Truthahn. Dahin ist er hingelatscht. Das ist doch frech. Was ist das? Timberwolf. Timberwolf! Ja, Truthahn. Da unten. Alter. So weit weg ist. Wow. Hier, jagt den. Hier, jagt den. Ähm. Komm hin. Komm hin da. Ähm. Der Weg. 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 Okay. Hat geklappt. und ich jetzt hier irgendwo und tut angeklärt wahrscheinlich nicht oder ein freier lagerplatz und was spielen auf seinen tut er legt bist du überhaupt schon wieder keine ahnung oder wiederum tue und hier der lagerung ist zu klein ist so gerade wenn euch die folge gefallen hat lasst like da lassen abo oder lassen kommentar also zu einen schönen tag ein schöner abend wie auch immer bis zum nächsten mal zu einer runde rim world schüssingen